Ich werde mich mit Achtsamkeit darin üben, nichts Lebendes zu vernichten. Ich werde mich mit Achtsamkeit darin üben, nichts zu nehmen, das mir nicht gegeben wurde. Ich werde mich mit Achtsamkeit darin üben, rechten Gebrauch von meiner Sinnlichkeit zu machen. Ich werde mich mit Achtsamkeit darin üben, nichts Unwahres zu sprechen. Ich werde mich mit Achtsamkeit darin üben, keine Substanzen zu mir zu nehmen, die das Bewusstsein trüben.